Er ist natürlich auch bei uns im Fokus. Er hat ein großes Laufpensum, er geht unheimlich gut auf die gegnerischen Spieler drauf, gut im Pressing und er geht immer tief, schnell. Also von daher natürlich auch ein Spieler mit großer Perspektive. Wirklich so? Hat Wagner eine realistische Chance bei Ihnen? Ja, es sind unterschiedliche Spielertypen. Timo Werner oder Sandro Wagner. Sandro Wagner ist ein Spieler, der vorne im Zentrum spielt, der die Bälle dann auch versucht zu verarbeiten im Strafraum. Aber gut, er hat zehn Tore gemacht, also von daher kennen wir seine Qualitäten und ja, ist durchaus denkbar. So.